Hallo Freunde, willkommen bei Dino Gaming. So, zu Angry Birds Go. So, wir sind noch immer im täglichen Rennen, wo wir schöne Belohnung kriegen. Und wir werden jetzt hier mal das mittelschwerere Rennen bekommen. Hier ist nämlich der Sternmultiplikator mal zwei. So, starten wir mal das mittlere, mittelschwerere Rennen. Los geht's. Los geht's. Oh nein, Freunde, los geht's. Nach einer wunderschönen Werbung. Mein Gott, ist das. Alles klar, danke. So, können wir dann, jawohl. Okay, Leute, wir müssen gewinnen. Das kostet mich fünf Blitze hier in Renn zu starten. Oh, die sind aber stark, 62 cc. Aber wir sind besser. Allein mal voller Ausrüstung, ja. Warum gibt es denn hier immer so ein Obst zu kaufen, äh, zu, zu holen? Was bringt mir das Obst überhaupt? Können wir das irgendwie ja sagen? Das ist einfach so eine obstige Strecke hier. Oh, wie viel, Leute? Und ich krieg nichts davon. Mist. Okay, rechts war vielleicht eine Abkürzung, ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, was das Ziel ist hier. Muss man wirklich so viel Obst wie möglich holen, oder wie? Oder einfach nur gewinnen, vielleicht. Was erstmal gut wäre. Oh, Rosemans, oh yeah. Boah, wie viel Obst ist denn hier? Und warum? Wo? Oh. Okay, wo sind wir, sind wir vorne, ja. Komm mal ein Turbo an, komm, schade ich dir nichts. Der kommt da oben erst, ja, meine Güte, okay. Bäm, drei Sterne, jawohl. Und zweifacher Sternmultiplikator. Und zweifacher Sternmultiplikator. Haha. Nice. Nice, nice, nice. Böb, 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 böb. Ähm, wir können weitermachen. Los geht's. Mal direkt das nächste Renn. Oder wie, oder was? Oder warum überhaupt? herrhoch 64 tc alles klar gegen mich alleine okay wieder obst sammeln na gut und feuer freut manche obst viel obst noch mehr obst mehr obst keine ahnung für das eine riesen münze aber soweit fahr ich jetzt hier nicht raus wir ziehen mich aus der kurve das war nicht gut an ob ganz schön in unbucht hier würde mir fehlen links zwei räder ach du heiliger dafür ist das upgrade gedacht dass die karen ist ein schnell kaputt geht mir fehlen der links weil er das verloren oh mein gott nein so ein pech du hast nicht genug früchte aha 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 gefällt mir nicht nicht genug früchte hallo okay wir können nur noch so eine blöden blitze sieben gratis ok gut da fahren wir jetzt erstmal noch mal normales rennen in der kampagne hier können wir dann nämlich noch zweimal fahren bevor wir neue blitze brauchen muss ich mir auch nämlich so ein erfen das gefällt mir irgendwie nicht es ist so schwer in der luft da zu fliegen aber okay was willst du machen muss man halt auch üben wir haben auch eine richtig schlechte karre für er die haben ja noch gar nicht geupgradet 60 gegen was gegen bombe und gegen bombe fliegen direkt abgedrängt ob wir vorne nicht vorne aber gut im zweiter ist okay da kommt er auf ich war in seinem windschatten wenn das geht wo ich habe abgedrängt leute aber hallo geht schön ruhig ja beim fliegen schön ruhig schön ruhig die karre halten vor allem beim fliegen ganz wichtig schön ruhig halten dann wird das was so das gold lasse ich mal liegen hauptsache ich gewinne oh ja oh ja da ist es schon boom oder knapp ist knapp habt ihr sehn zweieinhalb sterne mann okay wir haben wieder eine bauanleitung bekommen holt ihr mehr teil und du brauchst teil für den neuen karts wir es mit einem luxus werkzeugkasten wir kommen gratis okay alles klar damit jetzt jetzt knallt jetzt knallt hier oh ja 20 anleitung fünf goldene 14 silberne und 500 gold wahnsinn okay und den normalen hier können wir auch noch mal öffnen 12 silberne oder 50 gold rahm roller okay das haben wir wir können glaube ich ein bisschen was verbessern und zwar hier wir haben nicht aufwertungsteil haben wir nicht seltenes aufwertungsteil ach so wir sind bei er ja hier sind das ding kostet 50 anleitung wir haben 43 okay dann gebe ich die kohle jetzt mal nicht aus dann warten wir mal außer wir können das erding upgraden damit wir auch hier ein bisschen wir haben keine aufwertungsteile dafür misst na gut dann brauchen wir noch sieben anleitungen das wird ja wohl machbar sein sieben anleitung brauchen wir auch gott im himmel so ultra nervig aber zum glück können wir sie nach fünf sekunden skippen okay noch ein erren na gut wenn sein muss in sein muss liebes spiel dann bin ich halt dabei eine 61 61 bombe ist dabei 60 also wenn die schlechtesten hier vom kart her gesehen sie mir die schlechtesten aber dafür sind ja ein mensch der hier fährt und kein computer darum müssten wir dennoch gewinnen im besten fall gold schön in der innenkurve bleiben an dem kerl jetzt hier vorbei mit dem bus sagt so und jetzt schön ruhig halten die karte schön ruhig halten nicht irgendwo gegen knallen kein rad verlieren schön ruhig halten der weg ist noch weit wir müssen chillen leute wir müssen einfach nur chillen was hat er da eigentlich hinten dran ist es ist aus wie ein kühlschrank oder was du willst du willst du lang hier rein das sieht nicht gut aus nein das sieht nicht gut aus ich glaube ich bin hier falsch das geht ab da ist der weg da ist der weg ich bin noch erst aus irgendeinem grund ich glaube ich bin falsch weg gefahren meine räder schlackern schon ich glaube die halten nicht mehr lange ich darf jetzt nirgendwo gegen knallen aber die strecke ist auch gleich vorbei bitte wo ist das ziel ich glaube ich bei dir gleich meine räder das ist ziel okay wir schaffen es leute wir schaffen es jetzt gehört oder wie knapp das war leute mein lieber schon die anderthalb sterne what warum warum so gut das soll mir mal erklären also willkür sage ich mal ist ja willkür okay freunde jetzt haben wir das problem wir haben keine blitze mehr und ich werde mir jetzt in der werbung aber wir haben jetzt bekommen okay wir haben wieder drei alles klar dann ist noch eine runde drin freunde dann werde ich mir jetzt in der zwischenzeit vor ihr erbaue eine mächtige starte der nächste part starte dass ich mir in der zwischenzeit die werbung ansehen und so dass wir wieder ein paar blitze haben war für den nächsten part alles klar dann letztes rennen 75 cc das ist der endgegner hier stella ach du heiliger 75 was ist mit dir los oh gott denn die macht mich doch lang die zieht ja wohl voll vorbei was sind das hier hat sie direkt ihre fähigkeit eingesetzt was ist das für eine hexerei hier ich will da ja herrlich ich würde sagen da will ich am besten nicht rein fahren okay ich muss sie unbedingt überholen so hier kommt die in kurve so ich haue jetzt gleich mal jetzt haue ich mal hier den boost an zack direkt in so eine blöde blase na prima boah mädel oh oh leute ich habe es nicht sie ist zu schnell aha die karte ist zu schnell 75 mein gott stella liebt es zu gewinnen verbessere in k damit stärker wird ja das werde ich wohl tun müssen oh la la nicht schlecht stella nicht schlecht wenn wir das gewinnen kriegen wir 10 bauanleitungen und können damit was wollen wir machen eine neue karre kaufen genau geil okay freunde dann machen wir das alles im nächsten part also wenn sich gefallen hat hat mir doch einen daumen kommentar und abo da wir sehen sie in den nächsten paar bis dann würde ich euch noch das beste macht's gut und ciao